Hallo und herzlich willkommen in Arachi Brecken ich habe auch so ein bisschen später auf Aufnahme gedrückt aber egal wir sind hier noch nicht im Kamm ich möchte euch mal was schönes zeigen ich mach mich mal nackig kann man sich gar nicht ausziehen wir sollen noch ein Tio ab und können wo das noch das ist noch weg ich wollte nicht ich wollte das wegschmeißen so ach, das brauchen wir eigentlich gar nicht außen, aber egal und hier tanzen schick, oder? ach schon, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe meinen Titel gerne ich heiße jetzt Wedge Builder Agentum Schumpf ich bin noch nicht so weit die warten nicht auf mich die warten nicht nein, egal, egal, egal also ich gehe jetzt wieder hoch mein altbekannter Weg und dann schauen wir mal oh, fünf nach oben ist ganz schön gut ganz schön viel ja 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 jetzt ja ich will noch ein paar mehr als wie hartlar und GIFT bekomm ich auf GIFT ich meinte es Rüstungszerreißen nee Blut na leg an noch wie sowas hab ich gemacht komm schnell Warten auf Satin und da gehts da gehts oh ich bin 89 nein in Wirklichkeit bin ich immer noch 80 ach aber irgendwann werde ich bei 89 wenn ich groß und stark bin mhm und dann wenn ich 89 bin dann werde ich noch größer und noch stärker dann bin ich um von meinen 99 nein um von meinen Norden 109 kommt ja auch bald noch noch mehr noch mehr ich will nicht das war knapp das war knapp noch nur eine Basis das kann doch nicht sein zum Versuch schlecht was ist denn hier eine Heilung das kann doch nicht sein ist denn hier eine Heilung drin mit und so wir haben zwei Basen eine Basis das sieht doch schon mal sehr sehr schön aus das das ist das 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 kann auch nicht wahr sein das ist das das ist 5 und das 5 und 5 10 Das macht man jetzt mal ganz schön glatt hier. Das ist jetzt noch ein bisschen kleiner. oh Valla Witzers Hmm right oh wir haben das sägewerk eingeladen jetzt müssen wir uns noch gut verteilen los reiten und gucken wo ich da war da war es rot komm her, komm her was machen wir den Kopf hüpft aber ganz schnell hoch und runter komm her 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 ach ne das ist ja auch schon kaputt so da ist nichts ach da unter haben sie eingenommen hat jemand kann frau schluss mit den gerade warum darfst du so ich würde mal sagen es sieht es ziemlich gut aus und die sind um schon wieder am kämpfen komm her dann schau schnell hin ja 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 mädchen ein paar Punkte noch abgegeben habe ich habe ich ich hoffe go 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 ok 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 kommt schon macht schneller schläge nach vorne laufen oder weiter ok hier ist vorbei und noch ein bisschen action oh wir greifen schmiede an dies miede wird angegriffen nicht miede nicht miede schmiede an es einfach rausgepft da wer der krieger wäre geschichte schmiede an schmiede an schmiede an schmiede an Ihr seid gestorben, ich bin gestirbt, und ich bin nur noch der dritte Letzte. Von 15 Leuten bin ich jetzt nur noch. Ich bin gerade noch nicht. Soll ich ein, dass ich schon aufstehen habe. und 19 da ist nichts los um was los war da fahren zu sehen schon ist einer auch ich kann auch nicht hier alleine dürfen und hallo ich bin 80 für noch einer ein Schahurke da machen wir mal das zu kommen die abstecher ok das meinte ich man kann von oben so runter fliegen deswegen nehme ich immer gerne um die Dinge ins 1 das seegewerk wenn ich von da so runter fliegen dann rüber rennen von da so runter fliegen dann bin ich die ganz gute hinterliegen da hinten die 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 unsicherbar machen Nee, bräu nicht. Ich bin gleich da. Na gut, hat sogar zugeklappt. Nee, sag nicht, ich habe unten eingenommen. Oh, wir waren so schlecht. Aber wir haben gleich gebrotten. Ja, haben wir gleich. Haben wir. Ach. Ich bin gleich gebrotten. Ich bin gleich gebrotten. Nein, ich bin gleich gebrotten. Ich bin gleich gebrotten. Oh, ich habe gewonnen. Wir haben gewonnen. Nee, ich bin auf dem drittletzten Platz. Das ist natürlich nicht gerade sehr gut. Aber... Ich habe gewonnen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ach so, ich bin jetzt nicht hier. gerade Dingens. Und mach bummen. Hey. Was soll denn? So. Also, ich bin jetzt gerade hier in Fajir. Fajir hieß das noch? Oder irgendwie so. War das ne? Und... Ich bin jetzt in Katalysse. Und probiere hier alles. Erstmal... Mein schnelles unter Wasserreit hier zu holen. Und dann werde ich hier alles bekommen. Aber irgendwie finde ich das voll leicht hier. Ist das alles leichter geworden? Weil da war ich schon immer so gut. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Oh, da gehts raus. So. Hier gehen wir die Quest ab. Der schiebt mich jetzt noch mal raus. Dann muss ich da was machen. Dann muss ich was holen. Weil ich Sachen geholt habe. Dann kann ich hier im Fajir. Unter Wasser atmen. Als jetzt läuft hier so. Atemleiste. Die kann ich hier mal mit aufhören. Bei den Blasen. Ich kann eigentlich auch so. Als Druide unter Wasser. In der Reisegestalt atmen. Von daher ist das eigentlich egal. Aber ich widerstelle halt hier unter Wasser. Also ich habe es hier eigentlich schon. Allerdings. Da ist alles. Ledern. Wo ist denn das? Oh. Schauen wir mal. Bannreit hier. Wo ist es. Das muss eigentlich kurz oben sein. Reit hier. Ist das neu. Erbstücke. sieht auch ein bisschen anders jetzt aus wo ist denn das wie hießen das das war noch was mit A gewesen so anwesend kann ich mich nicht mehr dran erinnern naja, egal egal, egal, egal also ich hoffe, ich hatte die Runde pvp gefallen ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen tschu tschu